Joach, willkommen zu meinem wahrscheinlich peinlichsten Video auf meinem Kanal. Heute schaue ich mir mal meinen ersten Solo-Sieg an. Das war, glaube ich, in Season 3. Ja, müsste Season 3 gewesen sein. Ich hatte zwar davor schon einen Duo-Win, aber das hier ist mein erster Solo-Win. Ich glaube, ich habe da seit drei, vier Wochen gespielt gehabt. Und obwohl ich richtig schlecht war, bin ich einfach jede Runde tilted gelandet. Keine Ahnung, hat mich gar nicht gejuckt. Ich bin halt fast jede Runde direkt gestorben am Anfang. Ja, auf jeden Fall habe ich die Runde mit um die zehn Kills, glaube ich, gewonnen. Ja, ich habe mir das Video auch schon lange nicht mehr angeschaut. Also ich bin echt mal gespannt, was ich da so mache. Ich bin jetzt nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, los geht's mit dem Video. Also da hatte ich noch nicht so ein gutes Setup, deshalb ist die Quali ein bisschen schlecht und es ist verpixelt. Natürlich bin ich da wieder tilted gelandet. Also oben ist auf jeden Fall jemand gelandet. Gut bemerkt. Oh, da ist irgendwie Vollslotte rauschen. Wie ich die Treppe hochlaufe. Ja, okay, da ist es glaube ich über mir. Oh, jeden Schuss getroffen. Nicht schlecht. Oh. Geht da. Geht nur der. Ich habe mir eine Tastige erhitzt. Trotzdem jeden Schuss getroffen. Er hat gar nicht geschickt, wo ich bin. Oh, und mit der lilanen taktischen Maschinenpistole. Alter, ich liebe die Waffe immer noch so. Geht drei Kills und noch 35 Leben. Ist jetzt nicht wirklich gut vertiltet. Was macht der denn? So, was mache ich jetzt? Was mache ich da? Wo ist der jetzt? Ich habe einfach gar nicht gecheckt, wo er ist. Sagst du lieber, ich komme im Sollen. Ich hatte gerade Angst vor meiner eigenen Falle. Ich stehe. Na, er hört man doch. Wie ich einfach fünf Sekunden ziele erst, bevor ich schieße. Krasser Jump. Oh, hier oben ist noch eine Kiste. Mit der lilanen taktischen. Ähm, ich schaue erst mal, wo die anderen sind. Alter, wie ich nicht mal sprinte. Ach, da hält er sich. Da habe ich auch einfach gar nicht gecheckt, wo er hinläuft. Ist der? Ach. Ja, okay, aber ich habe da auch noch ohne ein richtiges Headset gespielt. Das hat wehgetan. Ich weiß gar nicht, was ich mitnehmen kann. So, dann gehe ich mal wieder hoch. Das Ding ist, ich habe da glaube ich schon zwei Stunden aufgenommen. Ich wollte die Runde unbedingt gewinnen. Deshalb habe ich ein bisschen safer gespielt. Wie baue ich da bitte? Oh, jetzt kommt... Jetzt kommt ein Snipe. Ich habe mich so krass gefühlt dafür. Okay, aber es hat noch jemand anderes auf mich geschossen. Und die Hintergrundmusik die ganze Zeit. Jetzt laufe ich natürlich wieder hoch. Oh, ich weiß noch gleich, wenn die Zone kleiner wird, baue ich mir so einen Tower. Wahrscheinlich durchs Fenster. Alter, ich habe da einfach nichts gecheckt. Wo sind die alle? Wie ich baue. Okay, ich bin immer noch fast in der Zone. Fuck. Weiß, das war so knapp. Aber der andere war auch nicht so knapp. Da wird sich das Medi-Kit gegönnt. Ich gehe einfach mal auf das Gebäude. Oh, jetzt... Jetzt wird es peilig. Da baue ich mir jetzt einen Tower. Ich komme da nicht mal hoch. Jetzt guckt man, wie schnell ich baue. Nicht mal eine Wand setzen kann ich. Gleich editiere ich glaube ich noch. Jetzt. Da seht ihr schon, wie gut ich baue. Oh, fuck. Der war auf jeden Fall besser als ich. Keine Ahnung, wie ich ihn würde. Ah, da kamen glaube ich die Heavy Shotgun neu ins Spiel. Warum habe ich die Minis nicht mitgenommen? Warum trinke ich keine Minis? Warum benutze ich mein Lagerfeuer nicht? Und jetzt mache ich was so dummes. Ich baue mir einfach eine Skybase. Ich hatte die ganze Zeit... Ich hatte die ganze Zeit... Also es sind noch... Zwei Leute übrig. Die hätten mich einfach die ganze Zeit runterschießen können, aber keine Ahnung, warum wir es nicht gemacht haben. Ich habe so dumm gespielt. Ich versuche jetzt mal, die Zone so klein zu machen, wie es geht. Ich verstehe nicht, warum mich da keiner runtergeschossen hat. Ich glaube, zu der Zeit hat noch keiner nach oben geguckt. Also, ich kam gar nicht erst auf die Idee, dass einer sich sowas baut. Okay, unten fighten. Und warum trinke ich nicht meine Minis? Okay, jetzt machen wir nur noch eine. So, jetzt als nächstes wird sie glaube ich ganz klein. Also in 40 Sekunden wird sie ganz klein. Ah... So, jetzt kommt's. Ich muss jetzt einfach mal hoffen, dass der andere nicht genug Verbände hat. Wow. Oh Gott, ich mache da noch dieses Staub von den Schultern. So, das war's auch schon mit dem Video über meinen ersten Sieg. Ähm, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.